Ist die VB-App wirklich nun auch auf der Vision Pro verfügbar? Diese Frage kläre ich mit euch zusammen. Unter anderem schauen wir uns alle bevorstehenden Comic-Jobs an, sowie auch nochmal den Umikos, der tatsächlich momentan interessanter ist, als man denkt. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, euer Käpt'n und heute auf jeden Fall mitten im neuen Video. Und ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, die Audio ist tatsächlich besser geworden. Ich hoffe es jedenfalls. Deswegen schreibt mir unter anderem auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Audio jetzt findet im Vergleich zu den letzten Videos. Ich habe mir ein neues Mikrofon geholt und hoffe, dass das natürlich auch hier die ganzen Videos für euch angenehmer macht. Jetzt würde ich aber sagen, labere ich gar nicht weiter rum und wir starten direkt rein ins erste Thema. Und das erste Thema ist eine ganz kurze Info für euch, denn die VB-App hat ein neues Update. Deswegen auf jeden Fall die App aktualisieren, dass ihr auf jeden Fall hier auch Up-to-Date seid. Kommen wir als nächstes zu Apple Vision Pro. Und ja, hier gab es ja die Vermutungen, ob VB auch dort auf der Apple Vision Pro verfügbar sein wird als App oder nicht. Und das Ganze wurde jetzt tatsächlich nochmal bestätigt. Hier im App Store sieht man das auch nochmal. Apple Vision requires Vision OS 1.0 or later. Das heißt, es müsste dementsprechend eigentlich auf der Apple Vision Pro verfügbar sein. Das Ding ist aber, man hat es tatsächlich auch schon in einigen Reviews gesehen, sie sind zwar verfügbar, aber viele Funktionen sind einfach wie zum Beispiel normal auf der App. Das heißt, es ist hier interessant zu sehen dann, wenn die Leute das testen, ob man tatsächlich auch den Augmented Reality Modus in der App nutzen kann und wie dann auch die Collectibles aussehen, ob da zum Beispiel ein Shader noch dazu kommt und so weiter und so fort. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Meiner Meinung nach wird es auf jeden Fall sehr interessant, wenn wir hier dann auch ins Viviverse mit der Apple Vision Pro gehen können, denn das wird meiner Meinung nach der spannendste Part. Ob das Ganze dann wirklich auch so kommen wird, wie ich es jetzt denke, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was dieses Thema angeht. Kommen wir nun zum nächsten Comic-Drop und zwar nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 37 aus dem Jahre 1963 mit der First Appearance of Norman Osborn as the Green Goblin. Das ganze Comic wird hier am 6. Februar um 17. norddeutscher Zeit droppen, einmal mit diesen Covern. Für mich persönlich ist das hier ja nicht wirklich super spannend. Hier die Ultra sieht auf jeden Fall ganz cool gemacht aus, aber ansonsten sind das auf jeden Fall ja nicht wirklich Cover, die mich persönlich jedenfalls interessieren. Und wenn man sich auch nochmal die Go-Collect-Daten anschaut, ja, dann haben wir auf jeden Fall nicht so schlechte Preise. 9.8 hier für 21.000 und noch eine 9.6 für 4.200. Wenn man aber schon hier weiter runter schaut, dann sieht man auch ziemlich schnell hier eine 7.5. Nur kommt man auch schon bei 325 Dollar. Also wir sprechen hier definitiv nicht von einem Grey Comic und auch definitiv nicht von einem äußerst guten Comic. Deswegen, ich persönlich halte mich sehr wahrscheinlich von diesem Job fern. Kommen wir nun zum nächsten USPS-Drop und zwar wird es nämlich am 10. Februar um 17. norddeutscher Zeit zwei weitere Digital Collectible Jobs geben und zwar nämlich der Year of the Dragon. Und ja, wir hatten es schon letztes Jahr gesehen, zum Lunar New Year haben wir hier auch Briefmarken bekommen von der USPS und jetzt auch natürlich für dieses Jahr bekommen wir hier wieder neue Briefmarken. Das Ganze werden insgesamt nur zwei Briefmarken sein, das heißt deutlich weniger auf jeden Fall als beim letzten Jahr. Ich denke mal, das wird auch nicht die letzte Series hier sein für dieses Jahr, denn wir hatten auch schon im letzten Jahr relativ viel davon gesehen. Es wird auf jeden Fall spannend abzuwarten, wie viele Leute das wirklich kaufen werden. Ich persönlich vermute auch, dass im asiatischen Markt enorm viel Kaufkraft sein könnte aufgrund dieses Lunar New Years, aber es bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die Preise trotzdem entwickeln. Ich persönlich werde trotzdem diesen Job auf jeden Fall skippen. Kommen wir zu einem weiteren Job und zwar Daredevil Hashtag 3 aus den Jahren 1964 mit der First Appearance of All und das Ganze werden wir hier einmal mit diesen Kabern sehen. Für mich persönlich auch hier die Ultra wieder am besten gelungen. Der ganze Job selbst wird hier am 8. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Unter anderem schauen wir uns nochmal die Go-Collect-Daten dazu an. Diese sind nicht wirklich interessant. Auch tatsächlich relativ ähnlich zu dem anderen Comic mit Norman Osborn hier. Eine 9.8 für 8.300 im Jahr 2012 aber verkauft worden. Und eine 9.6 hier aktuell bei 4.200. Und wenn man hier auch weiter runter scrollt, sieht man auch, eine 7.0 bekommt man auch schon für knapp 500 Euro. Also wir sprechen hier auf jeden Fall nicht auch von einem äußerst krassen Comic. Es könnte auf jeden Fall relativ interessant sein aufgrund der First Appearance. Aber ansonsten für mich persönlich auch an dieser Stelle ein Skip. Kommen wir auf den letzten Streams zu sprechen, den ich bei Viviversum gehabt habe. Dort haben wir unter anderem sehr viele kleine oder auch größere Insights gegeben, was uns dieses Jahr noch erwarten könnte. Das heißt, wenn du den Stream noch nicht gesehen hast, dann schau auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Dort findest du den Link zum Stream. Ansonsten kannst du natürlich auch bei Viviversum das Ganze auf dem Kanal sehen. Ist auf jeden Fall sehenswert und auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen mit spannenden Informationen versehen. Kommen wir nun zum OMI-Token. Und dieser sieht momentan wirklich äußerst interessant aus. Wir sind an einer sehr wichtigen Resistance. Und ich habe im letzten Video auch schon gesagt, dass wenn diese Candle hier so dermaßen absorbiert wird und wir es nicht schaffen, über diese Zone hier weiter hochzukommen, dann sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus. Wir hatten hier auch einen kurzen Pullback und dann nochmal den Versuch nach oben auszubrechen. Hier wurden wir aber auch wieder absorbiert. Das heißt, wir sind jetzt ja auch wieder gerade momentan unter der Zone. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ob der Markt jetzt nochmal hier in diese Zone rein möchte, um nochmal die Käufe abzuholen aufgrund dieses großen Pumps hier, der passiert ist und viele Leute wahrscheinlich nicht abgeholt wurden in diesem Bereich. Oder ob der Markt dann doch nochmal weiter nach unten korrigiert. Für mich persönlich sieht alles eher nach oben aus, also long gerichtet. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich hier täusche und etwas fehlinterpretiere, denn hier diese Absorptionen sind schon relativ stark und dementsprechend bleibt abzuwarten, wie sich der Markt in den nächsten Tagen und auch Wochen entwickeln wird. Ich persönlich bleibe jetzt dennoch weiterhin Bullish, da ich auf jeden Fall mit einigen Announcements auch in die Richtung rechne von OMI und auch rein charttechnisch sieht es auf jeden Fall gut aus. Aber wie gesagt, bleibt es abzuwarten, ob es hier der Markt nachhaltig über diese Zone schaffen wird. Und ansonsten war es das jetzt auf jeden Fall auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch ein schönes Wochenende und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.